Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu TDFLP. Hier euer Chiding und natürlich auch euer Rupert. Sehr gut. Eigentlich müsste jetzt so ein Schild hochhalten mit meinem Namen, so wie er es selten ist. Stimmt. Vielleicht kann ich das einblenden. Egal. Wir spielen wieder Sniper Lied V2. Wir sind jetzt bei der Karl Horst. Bei dem. Karl Horst Kommandoposten Karls Horst Karls Horst Der Horst vom Clowns Und da werden wir jetzt wieder unsere Skills beweisen Ja, unsere Stealth- und Sniper-Skills Weil wir Super-Super-Skills sind Das erste Ziel war Wolf Aber ich hatte keine Ahnung, wo er sich versteckte Ich wusste, dass die Russen einen Sonderbefehlsposten in Ost-Berlin hatten Vielleicht stand er mit ihnen in Kontakt Ich packte meine Sachen und ging hinaus, folgte dem Kampflärm und dem Dröhnen des Panzerfeuers Es war so ziemlich der gefährlichste Ort zu dem ich gehen konnte, aber ich brauchte Antworten und ich konnte sie nur so erhalten Also ich gehe jetzt davon aus, dass das die letzte Mission Das letzte Ziel war Wolf Weißt du nicht, vielleicht kommt noch ein mieser Plot-Twist und das war alles eine Miese Intrige und das waren Aliens und wow Ja Das geht voll ab Das hat ein Chaos einfach Boah, da fällt immer so Ja, das hab ich gesehen Boah, hast du gesehen diesen Effekt, Alter Boah, da ist mir was hingefallen Siehst du den Gegner? Nein Ich seh keine Gegners, ich auch nicht Weiß gar nicht wohin Zum Game-Punkt Wo ist denn hier ne Map? Da hast ne Map Ja auf M M wie Krass Krasse Schwerte Map Super nice Ahem Well done Gibt's wieder irgendeine Wurde Flasche oder so? Ich seh noch keiner Immer gucken Boah, ist ein fein gedropp Boah, holy shit Oh, da oben sitzt einer Da oben sitzt auch einer Der hat das auch noch nicht gesehen Aber jetzt hat er mich fast gesehen Fast hat er mich gesehen Oh, jetzt haben die mich gesehen Ich seh halt, die haben mich gehört Ey, du bist da vorne noch Ich hab ihn geschissen Das sind gejet Das sind die Oh Auf zu laufen Lahn Ich muss immer Lahn dazu sagen Oh, wie denn, wie denn Headshot ist, was sicher sein mag Ja, Hitbox ist das Beste Oh mein Gott Wir sind richtig gut Wir wurden noch nicht so Also du wurdest schon entdeckt Aber Wir wurden noch gar nicht gesehen Die haben doch schon auf dich geschossen, oder nicht? Jaja, klar Ja, also Zeug Wir wissen, dass wir irgendwo sind Ja, die Musik ist so Hässlich Richtig dramatisch Ja, ja Warum machst du auch die Atmosphäre so? Schon wieder irgendwas hingefallen Ja, schreien überall Über nur Explosionen Ja, Explosionen gibt's keine, aber Ne Aber Es fällt dann dauernd irgendwas hin, deswegen Well done Alter, wo muss ich hier hin, man? Ich bin maximal verwirrt Na? Ich verletze mich gleich selbst, wenn das so weitergeht Och, diese Maps immer Die sind so schön linear Wenn man überall durch könnte, das wäre doch Ja, das Ding ist, die sind halt linear aufgebaut Aber die haben einfach Sechstausend Räume, die einfach fucking useless sind Ungefähr Okay, vielleicht ist das so, um eine gewisse Taktik zu haben Man geht links, man geht rechts Man flankiert den Feind Ach, hier oben ist einer Und da ist der Panzer Und ich werde gesehen Mein Gott, der Anfahrt da oben Quasi auf dem Dach Nein, mein Gott Mein Gott, ich werde von irgendwo abgeschossen Da oben glaub ich Den hab ich safe Vielleicht mach ich sie mal verwirrt jetzt Wo sind die Gegners? Ich seh die Gegners nicht Ich seh die Gegners nicht Ich seh die Gegners nicht Ach man Ach man Der hab ich gestackt Ja, den hast du ja gesehen Ich glaub es noch einer Der hat aber kaum Problems Der hat aber kaum Problems Der hat aber kaum Problems Komm schon, du Bastard Der hat sich einfach neben mir hingechillt und dachte ich so Ja, ich fack mich mal ab Ich fack mich mal ab Ist da noch einer? Der ist tot Der ist tot? Nein, natürlich nicht Aber jetzt ist er tot TOT Wer ist da tot? Verpiss dich Verpiss dich Ich kenne irgendwas aber Oder ist es wieder nur ein Bug irgendwie? Was? Hast du eine Flasche gefunden? Ich habe auch eine Flasche Nein Wer schießt hier? Vor favor, bitte Antwort Den Game Lass mir Flaschen Ich bin in den Haus Genau Uhhh Well done Ey die Oh fuck, das sind wirklich viele Gegner Ich wollt grad sagen Alter Der Flaschenkill hätte immer das eine Einen da durchzudrugen Bei der MG I need your I need your assistance Boah, die ballern mich so runter Ich kann nicht mal mehr schießen Ohhhhh I'm so dead Die haben mich so getaken Eigentlich hätte ich so down Okay, einer kommt noch von links Ock Boah Boah Da kommt noch Und da ist noch einer Ock Und noch einer Map Boah Geht dir nachladen Boah Nice Um Ab dem Um He's Ich hab dir wieder die Schuhe zugebunden. Ja, das haben wir in der letzte Folge gemacht, das Haus. Dumm! So, was müssen wir machen? Warten auf andere Spiele. Achso, du musst erst mal warten. Ich muss warten. Und jetzt müssen wir hin und nach Kaka ziehen! Oder? Nein. Nee. Okay, dann nicht. Sorry, nur ihr habt keine Cutscenes. Hier links scheint nichts zu sein. Ich hab wieder im Bug, ich werde irgendwie und dauernd gesehen. Oh, da hinten kommen wir weg. Oh, da hinten kommt ja wirklich einer. Ah, schön weggesnackt wieder aus. Bewegender Kopfschuss! Der war nice. Oh, Double! Der, ich wollt grad sagen, der war... Den hätten wir auch mal zeigen können. Ich hab wieder den Griff in den letzten Jahren. Oh, wie schnell! Was soll das? LOL! Wie er sich aufgerichtet hat! Ah! Ah! Wie war das alles? Ah, ich kann nicht mehr schießen. Ja. Ich glaub die haben mir die Hand weggeschickt Der hat sich auch getaget Boah, das hatte ich auch noch nie Ja, das war ich vorhin auch Oh, da kommt noch einer Schön Sein Ass We owned his candy ass Deswegen, ich weiß auch nicht, diese Option ist halt so dumm Ähm Von wegen Leiche aufheben Das bringt in dem Spiel halt gar nichts Weil das halt so dumm ist Ja, wenn man richtig Stealth ist, dann kann man das völlig Du kannst gar nicht richtig Stealth sein In dem Spiel In den ersten Mission vielleicht Beta weiß ich halt echt nicht, wie das sie machen Achso, ich hab seinen Den sollten wir töten, ich dachte ich kann den dann Ich muss den meist töten Achso, das war der Wolf, oder was? Viel war das nicht Aber es war genug Ich glaube nicht, das wär zu kurz gewesen Der Boom war ein Nervengift Stark und tödlich Atme es ein Berühre es Schau es einfach nur an Und du stirbst in einem grausamen Tod Ich glaube B Wolf war der Architekt des Plans Ein chemischer Waffenspezialist Er half den Russen die letzten der V2-Raketen Deutschlands mit dem Zeug zu füllen Ihr Ziel London Achso, da steht Anscheinend Erinnig Wollt zu töten musst du warten Es gab Wichtigeres zu tun Ich musste den Staat aufhalten Okay WTF Wir gehen mal getrost weiter Boah, Sniperteam eben dominierend Wir müssen ein Sniperteam Ohhhh Well done Der wäre unexpected für mich gewesen Oh, fuck Da ist er dann Hallo Oh, voll ins Bein Voll die Hüfte weg, jetzt so Mann, Mann, Mann Okay Okay Check your corners, son Ich schneide den Nachleid ein von der Bostard Wird mal locker, ey Sonnenblended Okay So So Irgendwas Irgendwo hat einer geschossen, aber ich... Da läuft einer Da läuft einer Doll Da ist auch noch einer Doll! Von rechts, oh mein Gott, ich bin laupt Hätte ich mir das Handy gegeben, ich werde Gott Was ist er denn? Ja, weil unter und durch das Fenster Ja, Mann, das ist voll scheiße, Mann Oh, ey, er schießt durch Raum und Zeit, ey Hast du ihn getötet? Ja, ja Okay, gut Ich war überaus verwirrt Ja, das wäre ich auch gewesen Da oben Duum, 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 du dum Duum, duum, du dum Ähm So Slowly but steady Keine Ahnung von wo Hast du ihn getaked, ja? Ja Das ist halt scheiße, dass die irgendwie so aufblitzen, ne? Wenn das nicht wäre, dann würde man die schwerer sehen Ja, das ist halt durch das, ähm, angeblich durch das Zufärgen, boah Du siehst ja ungefähr, wo du, äh, finde ich auch ein bisschen, dass es ein bisschen so zu easy dann Dass du dann gleich findest Ah Oh, fuck, hinter mir Hilfe Oh, shit Oh, hinter, ah da Lass mich aufstehen, was soll das? Jawoll Da ist noch einer Oh Ah, ich dachte schon, ich war das Ja, hast ihm einfach das Gebär aus, der hat geschossen Keine Ahnung, ich hab den Kale, ich verstand nicht, ich hatte das jetzt so ein cooler Kale Aber irgendwie war der so Naja Das war's Das war ja richtig kurz What the fuck Das war's Das war's Eine lange Folge Tja, 10 Minuten, alter, krass, okay, gut Okay, die Missionen werden immer kürzer, Jungs, das liegt aber daran, weil wir immer besser werden Genau Du musst den Move runter, ne, die sehen das ja nicht Den Batman-Move Den Finger Um die Augen So wie im Schwimmbad der Weißt du Du weißt schon Nur den Du weißt, wer ich nicht meine Oder nicht Ja, bestimmt Okay, gut Okay, gut Okay, gut Gut Ähm, ja Das war jetzt Ich will gesagt, du spielst seit 11 Minuten, siehst du War gut Ähm, ja Dann, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Übergang-Pedikane Ihr seid übel geil Und ich glaube, wir haben das Spiel bald durch Und das wird sehr nice sein Rupert, hast du noch irgendwelche finalen Worte? Wir haben eine Flasche gekillt Gewiss Gewiss Kawak, Kawak Sehr gut Ja, nee, was soll ich denn noch großartig sagen? Du möchtest doch auf Wiedersehen sagen Oder Ciao, ich bin draußen Genau, darauf habe ich gewartet Haut rein Ja, ich bin draußen